In diesem kleinen Beitrag geht es um den Lernbereich 3 der Kurvendiskussion von Funktionen, die aus Verknüpfung von Exponentialfunktionen entweder mit linearen oder mit quadratischen Funktionen hervorgehen. Hier sollen nämlich einmal gewisse Eigenschaften von Funktionen dieser dargestellten Form hier, f von x mal e hoch g von x plus y 0, diskutiert werden. Wichtig hierbei ist, um dieses Kapitel zu verstehen, dass f und g lineare oder maximal quadratische Funktionen darstellen. Im Verlauf dieser Kurvendiskussion werden wir zudem etliche Male ableiten müssen. Das bedeutet, hier tauchen auch noch zwei Begriffe auf, mit denen man umgehen sollte, nämlich die der Kettenregel und der Produktregel. Diese Regeln solltet ihr unbedingt beherrschen, sonst könnt ihr in diesem Kapitel dem Inhalt nicht ordentlich folgen. Die Zielsetzung ist, dass wir von so einer Funktion in dieser angegebenen Form gewisse charakteristische Punkte, manchmal reichen auch Koordinaten, berechnen und dann eben am Ende den Graphen skizzieren. Im zweiten Aufzählungspunkt steht im Prinzip nochmal genau das Gleiche. Zudem kann jetzt eben diese Funktion noch mit irgendeiner Problemstellung, die anwendungsorientiert ist, verknüpft sein. So eine Funktion hat jetzt also, wie oben angesprochen, diese Form. Wir nennen sie mal h von x und wenn wir die Funktionsgleichung aufstellen, haben wir f von x mal e hoch g von x plus y0, wobei dieses y0 aus den reellen Zahlen sein soll. Das soll jetzt also beispielsweise eine 5 sein oder Pi halbe, auf keinen Fall irgendwas mit der Variablen x. In diesem Kapitel ist es wichtig, wie oben bereits erwähnt, dass man sich einigermaßen mit linearen und quadratischen Funktionen auskennen sollte. Das bedeutet vor allem, wir müssen Nullstellenberechnungen hinbekommen. Sei es jetzt von h von x, das wir ja schon kennen, über den Ansatz h von x ist gleich 0 oder eben dann zur Berechnung der Extremstellen h' von x ist gleich 0 oder h' von x ist gleich 0. Als kleines Beispiel nehmen wir uns einfach mal h von x ist gleich 3x² minus 4x mal e hoch 5x minus 2. Wir sehen also, f von x ist eine quadratische Funktion, g von x eine lineare. In diesem Fall sei jetzt einfach mal dieses y0 gleich 0, also das kann man mit dazuschreiben, wenn man möchte oder man lässt es eben einfach weg. Was sollte man jetzt wissen, um in diesem Kapitel sinnvoll vorzufahren? Es sollte bekannt sein, dass dieses Ding da hier, e hoch 5x minus 2, immer echt größer als 0 ist. Da gibt es jetzt erst einmal zwei Methoden, um das zu zeigen. Das eine ist, wir nehmen einfach mal an, es würde funktionieren. Also es gibt ein x, für das e hoch 5x minus 2 gleich 0 wäre. Jetzt ist dieses x, was wir suchen, im Exponenten, das gibt uns einen Hinweis darauf, dass, wenn es überhaupt eine Lösung gibt, dann müssen wir irgendwie mit Logarithmen hier rangehen. Da die Basis hier unser e ist, kommt ja in dem Sinn nur der natürliche Logarithmus in Frage. Das bedeutet, auf der linken Seite meiner Gleichung entsteht erst einmal das da hier, ln von e hoch 5x minus 2, was erst einmal in Ordnung ist. Auf der rechten Seite jedoch, müssen wir also den natürlichen Logarithmus von 0 bilden. Ich schreibe das jetzt mal auf diese Art und Weise hin, damit wir uns vergegenwärtigen, dass der natürliche Logarithmus ja die Basis e besitzt. Wer das hier in den Taschenrechner eingibt, wird schon eine Fehlermeldung bekommen. Das liegt einfach daran, dass dieser Ausdruck auf der rechten Seite hier die Frage stellt, mit was muss ich den e potenzieren, damit dann am Ende 0 rauskommt. Ja, und das geht nicht. Was wollen Sie hier einsetzen? Also auch der Tipp, vielleicht, was ist denn mit e hoch 0? Ja, das ist 1. Also auch das funktioniert nicht. Und Sie finden einfach überhaupt keine Zahl, die Sie hier einsetzen können, damit diese Gleichung hier erfüllt ist. Das heißt, diese Gleichung hier ist nicht erfüllt, das bedeutet, die hier lässt sich auch nicht lösen. Eine andere Methode, um nachzuweisen, dass e hoch 5x minus 2 auf jeden Fall größer als 0 ist, ist folgende. Wir nutzen das Potenzgesetz, das uns sagt, wir können e hoch 5x minus 2 auch schreiben als e hoch 5x geteilt durch e hoch 2. Und das wiederum, da können wir wieder eins der Potenzgesetze anwenden, da können wir sagen, das ist e hoch x in Klammern hoch 5 geteilt durch e Quadrat. So, und jetzt weiß man ja, also einmal e Quadrat, okay, das ist definitiv größer als 0. Und dann, was weiß man auch noch? Naja, Sie kennen ja den grafischen Verlauf von e hoch x, der ja so aussieht. Ja, und jetzt soll das Ganze einfach noch hoch 5 genommen werden. Na, da merken Sie ja auch, also e hoch x ist immer größer als 0. Dass Sie das Ganze nur noch hoch 5 nehmen, ändert nichts am Vorzeichen. Also auch das ist größer als 0. Und somit muss der gesamte Bruch auch größer als 0 sein, denn Sie dividieren ja eine positive Zahl durch eine weitere positive Zahl. Wie oben angesprochen, sollten Sie auch mit den Begriffen Produktregel und Kettenregel vertraut sein. Ja, wenn man beispielsweise den Term, den wir gerade behandelt haben, ja, wenn Sie diese Funktion hier beispielsweise ableiten wollen, ja, was passiert dann? Also e hoch 5x minus 2 bleibt erst einmal so stehen und dann muss man eben noch diesen Exponenten hier ableiten. Also im Prinzip 5x minus 2 nochmal abgeleitet und das ergibt dann e hoch 5x minus 2 mal 5. Ja, das hier war die Kettenregel. Ja, und die Produktregel, die sollten Sie auch kennen. Ja, das bedeutet, wenn hier eine Funktion, ich nenne sie mal c, wenn für die Funktionsgleichung gilt c von x ist gleich a von x mal b von x, wobei a und b wieder Funktionen sind und Sie wollen jetzt das ableiten, also c Strich von x, ja, dann ist das eben a Strich von x mal b von x plus a von x mal b Strich von x und das ist eben die Produktregel. Zum Fahrplan jetzt in diesem Kapitel, wir wollen hier oben angesprochen schon die charakteristischen Punkte oder die charakteristischen Eigenschaften von so einer Funktion h, wie sie hier oben dargestellt ist, bestimmen und dazu werden wir uns so nach und nach entlang hangeln. Ja, wir werden anfangen mit den ersten charakteristischen Stellen, die Sie in der 11. Klasse kennengelernt haben, ja, die Nullstellen. Dann werden wir gucken, ja, wie sieht es denn aus mit dem Globalverlauf oder Ränder. Ja, da müssen wir mal gucken, was bei der Funktion noch mit dabei steht, ja, hat sie feste Ränder oder kann man da ein x gegen Plus oder Minus und Endlich laufen lassen oder eine Mischform davon. Dann gibt es natürlich noch diese Aufgaben, ja, da kann man mal prüfen, liegt irgendein Punkt auf dem Graphen oder nicht. Ja, diese drei Punkte betreffen jetzt mal in erster Linie hier h von x. Dann geht es weiter im zweiten Teil mit den Extremstellen. Ja, ganz eng verwandt damit sind die Monotonieintervalle. Das heißt, da kommen diese typischen Aufgaben dran, bei denen wir Hoch- und Tiefpunkte und solche Geschichten berechnen müssen. Manchmal interessiert man sich auch nur für gewisse Tangenten, die an dem Graphen gf anliegen. Ja, welche Steigung, die wir dann eben beispielsweise haben, was dann an dieser Stelle der Steigung des Graphen selbst entspricht, das sind Dinge, die betreffen in erster Linie mal h' von x. Also da müssen wir schon ableiten können, Produkt- und Kettenregel beherrschen. Und dann noch schließlich wird es uns noch um die Stellen, ich nenne es mal Stellen stärkster Änderung gehen. Ja, das bedeutet, wir wollen nicht nur rausfinden, ja, steigt oder fällt der Graph an der Stelle x0, sondern hat der da vielleicht sogar die stärkste Änderung. Also besonders steil, entweder besonders steil bergauf oder besonders steil bergab. Ja, und das ist eben etwas, was h' von x betrifft. Und ich schreibe mal noch einen Begriff dazu, der, oder zwei Begriffe, die damit auch direkt in Verbindung stehen, ja, Wendepunkte, beziehungsweise Krümmungen. Vom Ablauf, wir werden uns jetzt erst einmal von oben nach unten hier durchhangeln. Das bedeutet, jetzt erst einmal werden wir anfangen, hier mit den Nullstellen und dann im weiteren Verlauf in dieser Reihenfolge fortfahren.